Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns hier in Revendrester spielen können. Und zwar schimpft sich das Toy Loderherz und dieses können wir uns von einem Ram-Mob holen, der Graf Ladinas heißt. Graf Ladinas befindet sich hier in Revendrester aus den Koordinaten 34, 55 und ihr könnt ihn nicht einfach ganz normal unboxen, sondern ihr müsst ihn erst beschwören. Wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst verschiedene Kristalle aufsammeln und diese Kristalle schmeißt ihr dann auf wahnsinnige Aschenguhle. Die Kristalle schimpfen sich Restlicht und dann habt ihr eine Bonusfähigkeit. Und diese Bonusfähigkeit könnt ihr dann drücken und one-shottet quasi diese wahnsinnigen Aschenguhle weg. Ich kann euch das mal zeigen. Wir haben jetzt hier so ein Kristall, Restlicht und dann haben wir eine Fähigkeit Lichtdurchbohrung heißt. Wir versieren einen Aschenguhle an, zack, schmeißen den Kristall drauf, one-shot. Und hier liegen halt sehr, sehr viele Kristalle rum, beziehungsweise hier laufen im Normalfall auch viele Aschenguhle rum. Die wurden jetzt gerade schon sehr, sehr dezimiert. Und Ziel ist es einfach, möglichst viele Aschenguhle mit diesem Restlicht zu beseitigen. Und dann nach ein paar Minuten spawnt, dann Graf Ladinas. Ich habe im Schnitt so 20 bis 30 Minuten gebraucht, bis er gespawnt ist. Habe das auch ab und an mit einer Gruppe gemacht. Das kann ich euch auch empfehlen. Einfach Graf Ladinas Farm ins Tool reinpacken oder nach Graf Ladinas im Tool suchen. Und dann könnt ihr da bestimmt auch mit anderen Leuten das Farmen. In der Gruppe geht es deutlich schneller. Der Mob hat dann etwa eine 4% Chance, das Toll zu droppen. Ist nicht so sonderlich hoch, wenn ihr bedenkt, ihr farmt 20 bis 30 Minuten hier, bis er spawnt. Also es ist schon ein bisschen eine langwierige Angelegenheit. Ich habe ihn jetzt 10 Mal, glaube ich, umgehauen mit beiden Accounts, also 20 Kills. Und habe jetzt doch das Toll bekommen. Loderherz macht folgende Geschichte. Konzentriert euch auf den Stein, um eure Schultern 20 Minuten lang schwellen zu lassen. Okay, kann ich mir jetzt nicht so ganz viel darunter vorstellen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Ach, Schwelen. Das ist so komischer Rauch. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe erst an Anschwellen gedacht. Aber Schwelen ist hier, das ist dieser Rauch. Okay, das sieht eigentlich ganz cool aus. Hier, mein Twink hat zwar irgendein komisches Zeug an. Ich glaube, das ist das PvP-Set. Aber ja, es macht was hier, wenn wir es wegmachen. Ah ja. Okay, es gibt bestimmt ein paar geile Platten-Sachen, bei denen es richtig nice aussieht. Hat was, tatsächlich hat was. Okay, ja, das war soweit der kleine Toy-Guide. Wie gesagt, hier unten die Koordinaten 33, 55, Kristalle aufsammeln, Mobs töten und dann Daumen drücken, dass er schnell kommt, beziehungsweise Toy-Drop. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.